Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im 2. Korinther 12 Vers 9 da steht Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und wenn du heute schwach bist, dann lass Gottes Kraft an dir wirken. Das Gebet hat Kraft. Oh ja, genau. Das Gebet hat Kraft. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Und heute mit dem Thema Sei mutig und stark. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Sei mutig und stark. Und auch heute habe ich da ein Bibelfers gefunden. 5. Mose 31 Vers 7 Mose sagte da zu Joshua, sei mutig und stark. Ja, Joshua hatte einen Auftrag, das Volk Israel weiterzuführen ins verheißene Land. Aber auch du hast einen Auftrag. Und du sagst vielleicht jetzt in dieser Zeit machen, hm, ich weiß nicht, ist alles so blöd, so doof, alles so eingeschränkt. Ich sage dir, deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, führe ihn aus. Sei mutig und stark. Es ist deine Entscheidung, nicht Gottes Entscheidung, vorwärts zu gehen, sondern es ist deine Entscheidung. Sei mutig und stark. Triff die Entscheidung. Und wir können immer nur stark oder mutig sein, wenn wir wissen, dass hinter uns etwas ist, das kräftig ist, wo wir uns drauf verlassen können. Dass das, was wir tun, wirklich jemand dahinter ist, der uns die Kraft gibt. Und für den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, ist er auch mit dir und gibt dir auch die Kraft. Sei mutig und stark. Danke, Herr, für jeden, der heute hier zuschaut, der genau das braucht, diesen Zuruf. Herr, sei mutig und stark. Herr, rufst auch du jedem zu, Herr, der weitergehen soll, der was anfangen soll, der in dem, wo er drin ist, weitergehen soll. Ich danke dir dafür, dass du jedem die Kraft schenkst, die Ausrüstung schenkst. Danke, Herr. Amen. Und ein Mann schreibt uns per E-Mail folgendes Gebetsanliegen. Liebes Team vom Missionswerk, bitte betet für meine Heilung der starken und anhaltenden Schmerzen im Unterleib. Es ist so etwas von lähmend. Unser Gott ist größer. Danke für euer Gebet. Und das stimmt. Gott ist größer. Und deshalb wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der diese Schmerzen im Unterleib hat. Und ich danke dir, dass du diese Schmerzen wegnimmst, dass sie entmachtet sind durch dein Blut am Kreuz. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieser Unterleib wieder vollkommen in Ordnung ist und dass du die Ursache beseitigst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihre Verwandte. Meine Verwandte hat schon im Dezember eine schweren Magenkrebs-OP hinter sich. Es sieht nicht gut aus. Die Wunden wollen nicht vollständig heilen. Der Lebensmut ist angegriffen. Im Dezember ist ihre sehr betagte Schwiegermutter gestorben. Im Februar ihre eigene Mutter und ihr Mann und ihre erwachsenen Kinder haben viel zu verkraften. Danke für ihr Mitbeten. Jesus, und du kennst diese dramatische Situation, wo diese Frau ist, wo sie so viel durchgemacht hat. Und ich danke dir, dass du sie stärkst. Dass du in ihren Herzen deinen Frieden hineingibst. Aber dass auch diese Wunden heilen, wo von der Operation einfach da sind und nicht heilen wollen. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Heilungskraft da hineinkommt in diese Wunden. Und dass sie schließen und dass sie wirklich zusammenheilen oder was auch immer. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Du kennst sie und du weißt um sie. Und ich danke dir, dass du ihr wieder neuen Mut gibst. Dass du ihr deinen Frieden schenkst. Und dass du in ihr Herz hineinkommst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Opa. Meinem Opa geht es sehr schlecht. Er war bis vor kurzem noch topfit. Er baut nun immer mehr ab. Die Ärzte finden nichts. Wirklich. Unsere Familie bittet um Gebetsunterstützung. Dass er wieder auf die Beine kommt und Heilung erlebt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du auch wunderbar, Herr, mit diesem Opa bist. Dass er Wunderbares erlebt. Dass er Heilung erlebt. Ich danke dir dafür, auch wenn die Ärzte nichts finden, Herr, und irgendwo alles so im Ungewissen schwebt. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Danke, Herr. Du bist der Gott, der dich heilt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und beim nächsten Gebetsanliegen geht es um ein Baby. Und das klingt sehr dramatisch. Hallo, wir sind sehr verzweifelt und haben eine Bitte an euch. Wir haben ein kleines Baby in unserer Familie, das drei Wochen alt ist. Heute haben die Ärzte gesagt, dass sie nichts mehr für das Baby tun können und es noch drei Wochen Lebenszeit hätte. Aber wir wissen, wir haben einen mächtigen Gott, der heute noch Wunder geschehen lässt. Wir bitten euch von ganzem Herzen für das Kind zu beten, dass der Herr Heilung schenkt und dass er den Eltern Trost und Kraft schenkt. Gott segne euch dafür. Ja, genau das wollen wir tun in solchen Situationen, die richtig schmerzen, wo so aussichtslos sind. Und da möchte auch Gott mitten hineinkommen. Danke, Herr. Herr, du kennst diesen Schmerz dieser Eltern. Und Herr, du kennst dieses Kind, Herr, wo die Ärzte nichts mehr tun können. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wenn niemand mehr was tun kann, dann bist du immer noch da. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir dieses Kind, Herr, in deine Hände legen dürfen. Danke, Herr, Herr, dass wirklich dein Wille geschieht. Und ich danke dir dafür, dass wir um Heilung bitten dürfen. Solange ein Mensch lebt, dürfen wir um Heilung bitten. Und danke, Herr. Herr, du bist Gott allmächtig und du kannst dieses Kind gerade jetzt berühren. Lass es gesund sein, gesund werden, Herr, und dass alles, was da nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, Herr, dass wir es in deinem Namen in Existenz sprechen. Danke, Herr. Danke, Herr. Sei auch Herr über den Eltern. Schenk ihnen viel, viel Kraft. Und danke, Herr. Wir glauben an Wunder. Amen. Amen. Ja, und das tun wir. Und Menschen schreiben uns immer wieder, wie sie Gottes Hilfe erlebt haben. Und hier geht es um eine gläubige Partnerin. In der Gebetsnacht an Karfreitag 2020 brachten wir das Anliegen für eine gläubige Partnerin für unseren Sohn ein. Vor drei Monaten hat er eine wunderbare gläubige Frau kennengelernt. Dem Herrn sei Lob und Dank. Und das war dann Ende letzten Jahres. Und noch ein Zeugnis von der Gebetsnacht am Karfreitag 2020. Zur letzten Gebetsnacht 2020 hatten wir ein Gebetsanliegen an euch geschickt. Ein Kind für unseren Sohn und Schwiegertochter. Gott hat gewirkt. Sie werden im Sommer Eltern und wir Großeltern. Wir sind sehr dankbar und froh. Gott gehört alle Ehre. Und wie schön. Wunderbar. Gott hat eingegriffen. Eine Frau schreibt. Im Februar letzten Jahres kam ich mit starken Schmerzen ins Spital und war drei Nächte auf Intensivstation. Ich bat noch in der Nacht, meinen Mann bei euch anzurufen auf den AB und um Gebet zu bitten. Tage darauf kamen die Ärzte mit der Nachricht, dass die Entzündung zurückging und ich hörte die Äußerung, da hatten wir in so einem Fall schon andere Verläufe. Gott hat eingegriffen. Ich danke euch auch sehr für eure Hilfe. Und ein Mann schreibt uns, Gott hat mein Gebet erhört. Ich hatte eine Mail an euch geschrieben, mit dem Gebetsanliegen von Pornosucht frei zu werden. Nun habe ich eine christliche Hilfsvereinigung und Selbsthilfegruppe gefunden. Wir treffen uns, tauschen uns aus, beten und lesen in der Bibel. Ich habe gelernt, nur Jesus macht mich frei. Ich danke ihm und euch für die Hilfe. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott eingreift in unser Leben? Ja, das eine Anliegen war ja von der Gebetsnacht vom letzten Jahr. Ich freue mich schon wieder auf nächsten Freitag, wo wir wieder Gebetsnacht haben werden, was Gott tut. Und ich glaube, er tut so viel Großes, so viel Wunderbares. Und hast auch du etwas erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute, der Tipp des Tages, sei mutig und stark. Das ist ein Ausruf auch an dich. Sei mutig und stark. Mach dir bewusst, wer hinter dir steht als Christ. Es ist niemand geringerer als der lebendige Gott. Sei mutig und stark. Probier es aus. Handle im Gotteswillen. Du kannst uns weiter dein Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, in ein paar Tagen ist wieder Sonntag und wir feiern Gottesdienst. Am Sonntag ist Thomas Inhoff dran und er hat eine wunderbare Botschaft. Schalte ein über YouTube oder über Livestream. Und da noch, genau in einer Woche ist Karfreitag. Karfreitag haben wir Gebetsnacht um 14 Uhr, weil man darf sich ja nicht treffen. Und von dem her werden wir streamen und über YouTube für dich verfügbar sein. Gott ist mächtig, auch wenn wir nur streamen können. Gott ist dasselbe. Er möchte dir dort begegnen, wo du zuschaust. Komm einfach vorbei. Nicht hier in die Kathedrale, sondern im Livestream oder YouTube. Nächsten Karfreitag. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Ja, wir freuen uns auf dich. Und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Spür auf dich. Spür auf dich. Spür auf dich. Entfüglende Artikelznacht vom Missionswerk Karlsruhe om Teamswerk. 2 Zeitzeuger.